Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires, na? Ergänzt mich? Drei? Ah, okay, du hast den Text vergessen. Ja, und ihr merkt es schon, ich habe den König Empire wieder am Start. Es gefällt mir halt einfach jemanden zu haben, der so ein bisschen auf meinem Niveau ist, so ganz weit unten halt in der Mülltonne rumkriecht. Bei den Ratten und Kakerlaken zusammen mit mir herumrennt und da habe ich mit ihnen nochmal gegriffen. Und heute spiele ich die Haudonesen gegen scheinbar wieder Japaner. Gucken wir mal, ob du wieder zu dumm bist, anzugreifen. Ah, ich habe irgendwas falsch gemacht. Hörst du mich noch? Ja, ich höre nicht noch, alles gut. Cool, cool, cool. Siehst du, dass mein Headset voll ist? Hä? Erstmal, mein Headset doch fast leer. Ich muss doch wegführen. Das wäre ein Problem, dass es nicht zu leise war. Achso. So, das geht. Huarge. So, wir haben kein... Okay. Es gibt kein Wasser hier, oder wie? Oder was? Oder wieso? Das ist jetzt irgendwie mein drittes Spiel mit diesen Typen. Und ich bin natürlich noch super unerfahren, was das angeht. Nein! Ach, Leute. Ihr sollt den umbringen und nicht ins Haus gehen und euch verstecken. Warum nicht? Das ist auch eine gute Option. So, Daniel, was ist deine Strategie heute? Ich habe keine Ahnung. Du möchtest verlieren. Das versuche ich zu verhalten. Aber das war's mit dir, was loskommt. Oh, oh. So, hier. Mach dich mal da dran, Junge. Brauchen Stuff. Dann machen wir nämlich gleich hier einen von. Was? Oh. Dann müssen wir hier einen wegnehmen. Und da einen hinmachen. So, dann gucken wir mal. Ich gehe jetzt entweder... Na gut, doch. Ich mach das hier. Die sind da. So. Dann müsste man eigentlich mal langsam eine Hütte bauen. Weil die sind so verdammt teuer. Machen wir doch das. Schade, auf anderen Maps funktioniert das besser. Was ich jetzt hier gerade versuche. Danni, wie läuft's bei dir? Ich bin scheinbar von Punkten sogar irgendwie oben. Wie auch, warum ich das mache. Keine Ahnung. Mach's so. Aber es ist eine Ration, es ist immer so, dass man einfach relativ mehr Punkte hat als die andere. Findest. Ja. So, ich werde euch noch zeigen, warum ich das Ding jetzt dorthin gebaut habe. Nämlich... Nämlich... Deswegen da. Halt's euch an. Ich gehe wieder zurück. Weh, du hast ihn neben den Kriegzeten gebaut. Oh no, dann... Nein. Nein. Wie kommst du da drauf? Oh boy. So, einen drücken wir noch nach. Dann... ... ... Bringbar. Mal, jetzt hat mich der König ein paar Übel abgehangen von Punkten her. Oh, zwei Schreine tun wirklich so viel ausmachen. Was? Zwei Schreine machen wirklich viel aus. Ich glaube, ich bin nicht so. Scheinbar. So, aber es ist gleich soweit. Die Partyzeit. Mit auch höchster Eisenbahn. Da bin ich jetzt schon ein bisschen besser drauf vorbereitet. Was auch immer jetzt passieren könnte. Ich glaube, wir werden da dorthin schon was hinsetzen. Genau. So, dann nehmen wir den da. Ziehen hier auch gleich danach. Verlassen. So. 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 So, das läuft alles gar nicht so doof. Ich habe schon Döferes gesehen. Döferes. Ich kann es eigentlich gleich mit dahin gehen. Haki, genau. So, wir brauchen jetzt nämlich hier hinten mal so ein Teil, was relativ wichtig ist. Was ist denn das da? Und da setzen wir uns auch erst mal unseren Typen rein. So, willkommen in the second age. Ich werde angegriffen von irgendwelchen Lauchen. Ey, jetzt reicht's. So, wir wollen das da hier produzieren. Muss in Englisch... Müsste doch irgendwo so ein komischer Karren sein da. Genau. Ah, okay. Tarenta. Hat er Schiss? So, und du produzierst bitte dahin. Und wir sollten vielleicht jetzt schon mal ein paar Boys und Girls ausbilden. Nicht, dass ihr hier gleich in die Ecke gewatschelt kommt. Wenn ich mir die Punkte angucke, hast du wahrscheinlich schon Militär. Gibt's auf die Luzi. So, gut. Die Sache haben wir geklärt. Hier gibt's neue Leutschen. So, und vielleicht seht ihr schon, was der Plan hier dahinter ist. Ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen anders spielen mit denen. Aber ich bin jetzt schon vom Punkten her wieder oben. Das gefällt mir. Ich habe irgendwas gemacht, das war scheinbar gut. So, jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen weiter pushen. Das läuft aber gar nicht schlecht. Ich kann eigentlich erstmal dort was machen. So, jetzt können wir das hier machen. Das kostet uns auch nicht so viel. Oha. Oh Gott, Scheiße. Deine Typen sind aber ganz schön stark, muss ich sagen. Oh, ich bin ein schwächter Leute. So, so. Hatten wir nicht gleich viele? Ja, wir hatten gleich viele. Krass. Okay. Unschön. Also, was? Ich fuck's ja einfach alles ab. Ich fuck's ja einfach alles ab. Ja. Das ist ja einfach alles ab. Oha. 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 Du da? Wir brauchen dich da hinten. So, mehr. Schneller. Das Teil ist auch gleich wieder bereit. Nein, das ist jetzt kacke, was ihr hier unten macht. Hey! Ich hab das hier gerade reparieren lassen. Nein, was ist das? Ja, 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 was ist das? Oh! So, ok. Was ist denn jetzt hier? Äh, ja. Cool, cool. Also was? Ey, das ist ein normale Gebäude. Was hast du? Wie will Landwirtschaft betreuen da? Ah, schlimm. Oh, sag, jetzt gehst du hin. Was? Was war das? Warum das? Oh, wie schade. Okay. Du bist einfach schon im dritten wieder. Oh, wie schade? Oh, wie schade? So, das wird langsam mal Zeit für das Ding hier. Schon viel zu lange gebraucht dafür. Dann kannst du gerne hier mitmachen. Ihr könnt gerne da hingehen. Eine von deinen komischen Kackhütten abgerissen. Danke. 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 Wir haben hier viele weggeballert. Echt unschön. Nee, geh weg! Was haben wir denn hier lassen da? Ja, ich glaub der hier ist ganz nett. Arschloch! Was? Arschloch! Ach, da hinten! Das hab ich gar nicht mitbekommen, ich hab dich nur dahin bewegt. Sorry! Sorry, mach weiter! Ja, ich bin doch schon auf dem Rückweg. Nimm noch ein paar mit, oder? Naja, die standen jetzt noch so günstig da rum. Gut, dass ich gerade noch nicht die Lendling-Konratte. Das war das Kritische geendet. So, wir könnten eigentlich jetzt mal den hier machen. Und eigentlich auch noch den hier. Dann machen wir noch dazu diesen. So, läuft. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Hab ich hier überhaupt irgendwie was? Nee. Hallo, bin ich gerade auf? Ah, danke für die Armee. Was? Das ist hier einfach krass weggemacht. Ja, das sind noch nicht. Ich hab auch nicht gelebt. Haben wir einmal genannt? Hä? Ich muss sagen, ich weiß jetzt schon noch nicht mal so richtig, was ich gegen diese Truppen machen soll. Das ist wie beim letzten Mal. Du hast so unfassbar starke Truppen. Echt unschön. Echt unschön. G'löpig. 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 Aber ich werde auch schon zu tun tun. Ja, ich werde auch schon die Rimmel finden. Wie ist das? Ja, ich werde jetzt in dir nach vorne gehen. Ganz langsam. Wenn du dich an ein paar Minuten gehen würdest, wie du denn dann klicken kannst. Klippig. Wie ist das? Ja, ich werde auch schon mal. Oh. Du bist von Punkten her, das ist ja gut. so weit unten? Aber du bist halt so unfassbar gefährlich trotzdem. Das gefällt mir gar nicht. Hast du schon mitbekommen, dass ich auch im dritten bin? Ein bisschen. Was machst du hier? Was ist denn das? Schreien! Wie diese Reiter einfach nichts tötet, das ist unfassbar. Das sind nur Bogenschütze, die können gar nicht gegen jemanden. Ich glaube auch Gewehrschützen dabei. Die machen auch keinen Schaden an denen. Wie bitte war's? Ja, wieso? Aber aufhören ab zu fackeln, danke. Ach nee. Na komm, machen wir das. Ja, das ist jetzt genau das, was ich brauch. Ach, da kommt sie schon wieder. Ein Reiter macht einfach mal so viel Schaden, obwohl er... umzingelt ist von Einheiten. Aber ich habe auch einfach nichts, wo steht, dass es gegen Kavallerie gut wäre. Das ist richtig gut, zumindest. Stark gegen Kavallerie? Hm, okay. Wir könnten jetzt eigentlich mal langsam damit anfangen. So, jetzt geht's hier richtig ab. Wie viel seid ihr? Zwölf. Wie viel seid ihr? Dann können wir noch da hochgehen. Ich gehe dorthin. Was? Nein! Nein! So? Forget it! Let's go! Das kann ich ja auch, weißt du? Ich hasse, dass das deine Reiter einfach so unfassbar schnell sind. Sagt er, nachdem er sich beim Lappen geschlachtet hat, auch? So, Zange! Schön, oder? So, hier das. Wie viel hast du denn? Kommt hier nicht noch was? Doof. Sehr doof. Kommt hier schon du aus. Dann keine Angst, ich komme zu Anni Easteren. Kommt hier wieder. Kommt das noch nie. Kommt die Waldschröcke? Kommt die Waldschröcke? Kommt die Waldschrecke? Kommt das noch nicht. Kommt meine großartige Leute Silret. Kommt, ich album. Ich denke jetzt willst du das von unten angreifen. Wer greift einen an? Mysterium. Weg mit dem Müll hier. Ruckel, ruckel. Ich erkunde doch noch ein bisschen. Du schlagst schon da so viele Leute hier ab. Einfach nur, weil ich mal durchlaufe. Hey, bewegt euch. Was macht ihr denn? Könnt ihr noch langsamer laufen? Was macht ihr hier? Wo ist eigentlich... Das Teil hin? Wo ist da keiner drauf? Ah, Leute. Das ist jetzt nicht gut gewesen. So, wie sieht es hier aus? Können wir mal ein bisschen was davon umsetzen? Okay. Okay. Ah, schön, endlich ist es fertig. Wow, ich weiß. Da hin, da hin, da hin. Ah, da hin, da hin. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Ich muss sagen, die... Ich finde die Haut und die nächsten spielen sich ziemlich cool. Weil die nicht so easy sind. Das Problem ist, die sind halt schnell. Nein, für mich sind es ein Problem. Was ist das Problem? Das Problem für mich ist, die sind allgemein schnell. Nee, eigentlich sind deine schneller, habe ich das Gefühl. Nee, aber das ist die Reuter. Nee, auch die normalen Infanteristen sind recht schnell. Also, deine Jungibugenschützen, die gehen, glaube ich, mehr ab als meine. Die sind gut gegen Infanterie, aber die sind sehr schwach. So, ich hab doch jetzt hinten irgendwie was tolles gebaut. Wenn wir nochmal davon ein paar mitnehmen. Ja, wir wollen hier. Ja, wir wollen das. Also, wir wollen das. Die sind nicht so gut. Also, wir wollen cosen und können uns nur eine Beleuteilung. Ja, wir wollen das. Wenn wir warbeiten, das ist ein wenig... Jetzt gehen. Theen auch noch nur eine Beleuteilung, ist ein wenig. Ich habe das Gefühl, das ist ein wenig. Dann kann jeder. Das ist ganzarkachend. In der Zwischenzeit. Und das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön. So muss das sein. So, jetzt wird es Zeit, dass ich mal in den Angriff übergehe. Was zum Teufel? Was hast du da? Ist das nicht ein bisschen gemein? Feuerpfeile. Weg mit dem Dreck. Das sind ja auch Belagerer. Ja, aber so viel Schaden machen die. Das sind ja auch ganz schön viele. Hallo? Wo ist denn da hin? Was ist denn da ganz, ey? Du spamst einfach nur noch diese scheiß Reiter. Oh, du gehst mir so auf den Sack, ey. Das ist unglaublich. Rache ist süß. Was für eine Rache. Du, das ist nur wie ein Rache, wie kannst du reingeraten, wenn du gefährd. Ich hab mich da wenigstens umbringen lassen. Weißt du, was das für ein Mikroaufwand ist, sie jedes Mal wieder neu in ihre scheiß Häuser zu schicken. Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. In der Sack, sì. Schade, du gehst. relationship zu uns. Timmest. Du gibst. Du gehst und steckst Mann. Deine. Nein, du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Bist einfach einmal im Kreis gelaufen, oder was? Du hast trotzdem noch so viel Schaden gemacht, das ist unglaublich. Mach! 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 Wo hast du das Geld vor allem für die ganzen Reiter her? Ich hab gar nicht so viel Geld. Komm, du gehst. Da will ich jetzt, komm, du gehst. Naja, krass. Ich mach halt einfach null Schaden, ne? Okay, cool, das war's. Das war doch schon schon ein Mass von 24 auf 12 runter. Du hast mich mit deinen zwei Angriffen halt so kaputt gemacht. Das waren ja bisher drei. Ja, das war einfach bloß Kreislauf. Naja, ich kann jetzt nichts mehr machen. Das war's. Bei dir, bei dir, bei dir, bei dir. Ja, und noch. So, äh, bei dir. Hier ist nochmal, schalte, konsulat. Konsulat, die sich selber wählen, da können sie, äh, Kriegheiten aktivieren, wo sie sehen, Leute von Prüzi können. Was kriegen die? Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich dagegen machen soll. Ich hoffe, dass beide mal Tuchentor sind. Ne, die sterben doch nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, wir treffen mal die auch jetzt von dir weg. Der Moment ist mir schön drin. Ja, weg! In der Moment nicht Fool, rep SQL aber auch komisch. See hier gì? In der Moment nicht muss ich nicht. Ich versuche dich. Kannst du mir weiter? Ich trKA! Ja! Soll ich dich! Ich lüte die einfach alle weg, Pfeffers. Das ist unglaublich. Ah, Unterstützung. Das will ich. Von drei Soldaten kommen schon sicher zu sehen. Hey, guck dir das doch mal an, wieviel ich das ist. Wie lange ich brauche, um diese Einheiten hier umzubringen. Also meine Einheiten haben 200 irgendwas Leben. Sehr gut. Alter. Und wenn man sich die Punkte an der Seite anguckt, bin ich angeblich immer noch oben. Das glaube ich aber schon von Anfang an nicht. Wirtschaftlich, glaube ich, ja. Hm? Wirtschaftlich hergesehen, glaube ich. Ne, ich glaube, du hast die stärkere Wirtschaft. Weil du konntest deine Armee ja so schnell nachproduzieren. Ich glaube, dass die ganze Zeit mein Militär immer zu hoch gewertet wurde. Ja. Ich glaube, das hat mir so die Wirtschaft angehalten, wo hat ein Kleider bloß so viel produzieren, wieviel ich brauche. Das ist jetzt mal gut hier. Sooo jetzt. Oh, gee, super. Ich werde wieder entkommen. Ja, moin. Immer wieder eine Freude. Du kannst halt so viel schneller Truppen produzieren als ich. Also wirtschaftlich gesehen. Ich meine, könnte ich unfassbar viele produzieren, aber ich kriege es halt einfach wirtschaftlich nicht hin. Vielleicht sollte ich dir das nicht die ganze Zeit sagen. Ich meine, du kannst mich wirklich die ganze Zeit finishen. Aber ich bin eigentlich nicht mehr. Ich bin auch eigentlich. Ich kann grad nicht. Na hallo? Oh, schlussig aber. Okay, komm, komm. Deine sollen nur 20 wert sein. Die sind so krass. Die Schneider zu dritt und machen vier Leute kaputt von mir, bevor ich die mit einer ganzen Armee umgebracht habe. Die sind so krass. Die sind so krass. Die sind so krass. Jetzt hast du grad einen... Ach, du bist doch schon im vierten. Boah. Wieder einen umgebracht. Hast du das gesehen? Ein 32, ob wir schon mal gesagt haben. Was ist denn das schon wieder? Wo ist das? Ja. Wenn das挺 viel ist. Ja. Da war wohl eine Kiste mit der Kiste. Seitdemann. Da war schon mal geklert. Ab lite Zeit. Deine Zeit hat. Da war's. Da war's. Das war's für heute. Alter, wie... Wie der da durchmäht? Ja genau. Oh, go ahead. Oh fuck, ist denn da schiefgegangen? Eeeh Baisanoa Baisanoa Eeeh Siu Siu Eeeh Eeeh Baisanoa Aaaaaaah Aaaaaah 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 auch aaaaaah class k4 Ei an an a a a Was für ein Bastard-Move? Ich weiß, wie ich die ganze Zeit so hinterrücks an. Was für ein Bastard-Move. Das ist jetzt wohl ein Bastard-Move. Ich muss sagen, deine Aishikuki haben ja einen unfassbar heftigen Belagerungsschaden. Die Aishikuki haben ja einen unfassbar heftigen Belagerungsschaden. Und dann packen Sie an die Ahnung. Und dann packen Sie an da. Come hier, ich möchte nicht gehen. Ich danke dir. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. Habe die Auf der drücke? Habe die auf. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. Okay. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. So, schade, dass das nicht geht. Ja, nimm mal das da. Oh, ist das schon einfach eine Runde, ey. Ich muss weil die ganze Zeit strullen. Ich habe aber eine riesige Stadt, ne? Das ist wirklich gut. Das Problem ist, das Böse bei deinen ist, du hast überall, so gesehen, ausgeboten. Ja. Das ist das Einzige, du kriegst mich halt nicht so super schnell tot. Ne, komm, wir machen das jetzt mal anders. Wir nehmen jetzt mal diese da. Okay. Seid ihr vielleicht gut gegen Kavallerie? Was sieht zum Beispiel bei euch aus? Hm. Steht nicht wirklich da. Ja, komm da! Hallo, hier! Alter, was? Absolut unnormal. Und sie metzeln alles nieder. Das sind alles Bonus gegen Kavallerie-Einheiten, die du hier umbringst. Das sind alles. Hältet sie auf! Jawollo! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Alter, macht die Schaden! Keine komischen Pappmarscheehütten! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Ne, da war uns bisschen löchrig, ich wollte nur sagen. Was? Oh Mann! Junge! Immer wieder diese Asshole-Moves! Reiß die Hütte ab! Aufgebaut wieder! Reiß die Hütte ab! Das war's für heute. Das war's für heute. Macht sie kaputt. Geh, schweb. Was? Was? Einfach renn's sich nur mit so'n einzelnen Spacken rum. Dass du den habe ichOOO Ich werde das jetzt nochmal sein. Ich muss durchführen. Ich bin gut von jetzt genau definitiv. Ich bin nicht dos طarig. Also möchte ich fest der Hanau in seй Hbschumana. Das Brett ist offen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Was du mir hier entgegenpumpst, das ist unglaublich. Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ich glaube, ich habe an der Stelle bestimmt schon das Video in mehrere Teile aufgeteilt. Ich habe mehrere Parts aufgeteilt. So. Aha. Alter! Ich kann hier halt diese Scheiße nirgendwo zuziehen. Ja. Ich empfehlen euch. Schön. Ich empfehlen euch. Ich empfehlen euch. Ich empfehlen euch. Forst stellts. Yaa, Aus Awak. Schön. San 언�120- компания. Eins? Ich empfehlen euch. Ich er OS musste. Ich habe's auch in Daten. Ich weiß halt nicht, wie ich deine komische Festhunde da knacken soll Ist ein bisschen eklig Ja moin Ey, das ist nicht dein Ernst Die ganze Zeit warte ich da oben Dass du kommst Und dann bewege ich mich einmal dumm Und sofort kommst du Was habe ich für ein Timing, ey? Ja toll, ich habe es auch total verkackt jetzt Ja 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 Was macht ihr denn? Warum seid ihr denn schon nur da vorne? Also von Raikou spielst du mich hier vollkommen kaputt Ich muss immer an drei Stellen gleichzeitig gucken Das macht mich vollkommen fertig Ja 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 Ich bin Ja 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 Mann 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 Ja, ja, boin! So, ich muss jetzt aber echt mal kurz auf den Pause-Button drücken, denn mir drückt die Blase echt. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. So, bist du noch da? Hallo? Ach, du hast dich gemutet. Okay. Ich mach mal weiter, ja? Schau, wer ist jetzt da? Kriegt das mit? Ansonsten muss ich nochmal auf den Pause-Button drücken, aber ich weiß halt nicht, was er gesagt hat. Wenn er jetzt nicht reagiert, dann werde ich nochmal kurz... Hörst du mich, König Empire? Daniel? Daniel? Mach einfach weiter ohne mich. Hey! Na, du hast nicht gesagt, dass du wieder... Also, du hast gar nichts mehr gesagt. Doch, ich hab gefragt. Ja, da hab ich nichts gesagt dann. Na ja, du warst gemutet. Ich dachte mir, du kriegst das selber nicht mit. Ich greife auf der rechten Seite gerade dein Tor an. Okay. Ich war jetzt kurz davor, wieder Pause zu drücken. Ja, du hast jetzt vielleicht schon eine halbe Minute nicht da oder so. Alter. Ach, es ist schön, wenn man mein Artillerie-Vorteil hat. Also, ich weiß nicht, wenn man nicht mehr sagt, wenn man das nicht mehr sagt, wenn man das nicht mehr sagt. Was ist denn da für ne Party? What the fuck? Was hast du da drin für ne Armee gezüchtet? Die kommen gerade rein. Die kommen gerade rein. Toll. Wieder viel gekonnt. Ja genau, rennt vor die Mauer. Das macht ihr gut. Die kommen gerade rein. Die kommen gerade rein. Die kommen gerade rein. Die Mauern sind richtig gerührt. Hä? Die Mauern sind richtig gerührt. Ne, die Mauern sind eigentlich super wack. Ich hab damit nichts verbessern können. Ja, es gibt Mauern, die haben 1000. Mit nur einer Verbesserung. Ich finde das einfach wieder so unnormal, wie krass deine Leute sind. Ja, nein, andersrum. Strops. Ja. 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 Ich hab den Mund gut gemacht. Hier hat man einen Mond Carden. Ach so, der Mund Cauchtt. Ja. Ja. Schuttren. Oder. Ich probate. Was ist das? Deine Reiter sind einfach so unbesiegbar. Die Reiter sind einfach so unbesiegbar. Okay. Ich hab doch noch mehr mehr bei dir, oh Gott. Was für eine epische Schlacht, Alter. Oh Gott, ich hab zwar am Schluss plus 1000 gehabt, aber typisch schon du und ich, als du mich angriffen hast, hast du eine Produktion von plus 500. Was? Ja. Wie hast du mich denn besiegen können, Mensch? Ich hab immer gewarnt, bis du angriffst. Ich hab niemals die Pferde dann halt bisschen genervt. Außer sonst hab ich nichts gemacht. Ich hab kaum Militär gehabt am Anfang. Na, aber dein Militär war ja permanent mein Überlegen. Das ist ja die krasse Scheiße gewesen. Nee, war's ja nicht. Ja doch. Also vielleicht nicht anzahlmäßig, aber du hast stärkemäßig meins immer komplett in die Tonne gekloppt. Als du mich zurückgeschlagen hast, hättest du einfach angriffen müssen, dann wär ich sofort raus gewesen. Na, ich konnte doch nicht. Ich hatte doch nichts. Ich hab mich die ganze Zeit unterlegen gefühlt und genau so war's ja auch. Also ich weiß nicht, die Punkte oben, ich war teilweise 20.000 Punkte vorne, aber das war sowas von ne Lüge. Weil zu diesen Zeitpunkten hab ich mich so unterlegen gefühlt hier. Ich hab 360 für Naginata-Reiter. Alter, ja. Oh Gott. Was kosten die dich? Äh, 100, 100. Das ist ja nichts. Du hast Nahrung 100 Gold. Ich bezahl auf jeden Fall vielleicht zwei Drittel davon für so einen Tomahawkwerfer zum Beispiel. Aber dein Naginata-Typ tötet einfach irgendwie drei oder so. Mhm. Obwohl die Bonus gegen Groß haben. Die sind Exempel gegen Infantry. Gegen alles. Hä? Aber warum... Die sind doch... Die sollten doch eigentlich gut gegen Kavallerie sein. Ne, gegen Infantry. Kavallerie sitzen nicht so gut. Aber sie haben Sperre. Ja, das darfst du nicht täuschen. Und... Hä? Ja. Ne Naginata ist doch ne Anti-Reiter-Waffe gewesen. Ich weiß es grad nicht. Ja? Ich weiß es grad nicht. Ja, das sind ja quasi so Art helle Barten, könntest du sagen. Ja, schon mal Militäreinheiten. Alle Militäreinheiten. Das siehst du bei ein paar Stellen. Oh Mann. Ja, aber GG. Das hast du ja sehr gut gespielt. Du warst zu nervend immer da hinten. Das ist krass gewesen. Ja, ich wusste es, sonst hättest du mich von total vernichtet. Ne, ich hatte so lange noch... Also, ich hätte dich erst angegriffen, wenn meine Bevölkerung auf 200 gewesen wäre. Und das hab ich nie erreicht. Ich hätte auch nie Max-Cap. Ich hab bloß Häuser für 170. Okay. Ne, ich hatte Max-Cap. Meine Strategie war es halt, dich so mit Bauwerken zuzuballern, dass du da nicht so richtig dagegen ankommst. Selbst wenn du mal was zerstörst, mir scheißegal, baue ich ein neues. Ich hab halt Holländer genommen am Schluss. Als Konsolatspartner. Und die haben halt Mörser. Muss ich zwar in der Ewigkeit warten, aber ich hab Mörser bekommen. Ja, das war stark. Letzten Endes, ich hab halt keine ordentliche Artillerie gehabt. Diese komischen Kanonen, die ich mir selbst geschickt hab. Die hat mich... Die waren nervig. Ja toll, davon hatte ich aber irgendwie nur 6 oder so im ganzen Game. Oh. Oder vielleicht 8. Stell dir mal vor, ich hätte da mit einer Armee bauen können. Das wär was. Ich mein, ich konnte die produzieren, aber ich hatte halt auch nie Rohstoffe für sowas. Ich bin immer auf dem Sahnefleisch gekrochen. Du hast meine Einheiten ja so unfassbar schnell weggeschlachtet. Ja, die hast du ja ständig gekillt gehabt. Wobei ich trotzdem mehr hatte als du. Hä? Hast du gecheatet oder was, Mann? Du kannst doch gar nicht gegen mich gewonnen haben. Du warst von der Wirtschaft total unterlegen. Vom militärischen Standpunkt warst du total unterlegen. Okay, da warst du nicht total unterlegen, aber... Du warst auf jeden Fall nicht überlegen. Deine Truppen haben halt einfach viel, viel besser performt. Sieht man auch immer, wenn wir gegeneinander gekämpft haben, gehen ja unsere beiden Anzeigen nach unten bei Militäreinheiten. Und meine ist halt immer doppelt so weit runtergegangen wie deine. Ich hab immer... Ich mach's nicht so, ich hab nicht nur einen Trupp, ich hab immer zwei Trupps. Mindestens. Ich hab sogar teilweise drei gehabt. Ich hab auch Einheiten gehabt, die irgendwo an der Flanke stehen und die Flanke halt schützen, beziehungsweise die in den Rücken fallen sollen und sowas. Wie kann ich denn gerade besser gewesen sein in teilweise Micromanaging als du, obwohl du Warhammer spielst? Na, weil Warhammer kein großes Micro erfordert. Age ist viel krasser im Micro. Ja, das stimmt. Ja gut, muss jeder eins einzeln machen. Ja, genau. In Warhammer hast du halt 20 Einheiten und hier hast du halt 200 Einheiten. Was das Gute ist, äh, lustig ist, dass du meine Mauern angriffen hast, hatte ich teilweise nichts. Aber zum Glück hab ich Heimatlieferungen. Die haben öfters einen Arsch gerettet. Okay. Ja, du hast mich halt immer wieder rausgekriegt. Das war echt krass. Weil wenn ich reingekommen bin, dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt kann ich wieder nicht benutzen, weil jetzt killst du meine Armee halt wieder komplett. Und einmal, als du mich angegriffen hast, hab ich gedacht, äh, hast du mich fast erwischt gehabt, aber ich hatte noch 10 Drehte, hab ich aber hochgeschickt durch die Mauer. Ja, das war auch übrigens dann Escape, weil ich musste dann hinten so viel Micro, und das ist schon in meiner Armee, dass die immer, ich hab die nach hinten gestellt, aber irgendwie sind wir wieder an deinen Wall rangelaufen und hat sich umbringen lassen. Ja, ich muss mich leider wegstellen. Na, also ich dachte, sie wären weit genug weggestanden. Und ich, meine Leute sind auch rausgelaufen, deswegen hab ich die zurückgeschickt und dann kam der ein hinterher. Ja, toll. Das hat mich ganz viele wichtige Einheiten, also da hatte ich helle Bardiere. Die hab ich als Konto ausgebildet, als Heimatlieferung. Die hab ich als Zigarre geholt. Ja. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich keine Einheit ausbilden konnte, die deinen irgendwie was entgegensetzen konnten. Ich hab halt, äh, ich hab die ganze Zeit bloß reagiert auf dich. Das war's. Ja, jedes Mal, äh, du hast da auch da Bogenschutz gehabt, hab ich die Naginata geschickt. Hab ich da ein bisschen zu viel gemacht. Da kamst du dann mit Anti-Cavallery. Hab ich dann teilweise Mischung aus Ashigaru und, äh, Naginata gemacht. Und Kanonen. Diese Feuerpfeile, die schießen, machen keinen Flächendamage, aber die schießen straight durch. Und killen halt immer mal wieder einen weg. Ja. Ist das mal so, der Moment, wo ich Artillerie hatte, da war auch ein schöner. Da... Ja, der war wirklich schön. Da hat es mal, da hat es einfach mal funktioniert. Da hatte ich auch Angst. Ja. Ja. Aber du hattest halt die ganze Zeit Artillerie. Das hat mich die ganze Zeit über angekotzt. Tja. Ich muss sagen, es ist trotzdem ein starkes Volk. Aber ich find Japaner einfach unfassbar mächtig. Ja, aber die muss man, wenn du als Gegner hast, musst du die relativ früher ausschalten. Bis als erstes. Je später Zeitalter wird, desto stärker werden sie. Die werden stärker als andere. Na, ich hab das bei Konrad ihn mal gesehen. Der hat... Da haben wir zu zweit gegen zwei andere Krasse gespielt. Das war irgendwie ein Amerikaner und... Das war ein Holländer. Also auch zwei ziemlich main-mäßige Völker, die auch sehr stark sind. Ja, ich hab irgendwer Inka gespielt. Ich hab's total versaut. Bin kaputt gemacht worden. Also gezielt auch von denen immer angegriffen worden. Ja, aber Konrad ihn ist ein anderes Level. Und dann war ich tot. Und Konrad ihn hat einfach alleine mit den Japanern die Typen fertig gemacht. Ja, ja. Und die waren gut. Also die waren sowas von über meinem Level. Die waren eigentlich meiner Meinung nach auf Konrad ihns Level. Aber Konrad ihn hat die halt fertig gemacht. Mit den Japanern. Und weil ich gefragt habe, wie geht denn das Japaner OP? Sagt er nur, Japaner sind so broken, da kannst du locker zwei mit umbringen. So spät in der Zeit, Alter, dass so stärker werden sie. Ja. Deswegen früher ausschalten. Gut, ich hab's halt nicht hingekriegt. Du hast halt ja schon früh starke Einheiten gehabt. Naja, ich hab die auch... Da haben wir dann genervt euch. Das darf man nicht in FFA machen. Sonst wegfeiert das. Aber eins gegen eins kann man das machen. Ja. Auf jeden Fall krasses Spiel. Ähm... Ja, ich denke mal, ich hab das in mehrere Parts aufgeteilt. Bei 75 Minuten. Was jetzt bestimmt 80 sein sollten. Das ist schon... Das ist schon Kinolänge hier. Das denke ich mir, hab ich in schöne Häppchen aufgeteilt. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen epischen Schlachten sehen wollt. Und... Ja. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch mal ein Volk vorschlagen, was ich mal spielen und ausprobieren soll. Vielleicht eine Strategie, die ich verfolgen soll. Könnt ihr mir gerne auch reinschreiben, was ich falsch gemacht habe. Da war ja sicherlich so einiges dabei. Und was auch der Daniel hätte besser machen können. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Toch. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.